Herzlich Willkommen! Ich freue mich, Sie im Institut der Legosan zu begrüßen. Wie Sie wissen, wird in unserem Unternehmen intensiv geforscht. Hier entstehen Innovationen höchster Qualität. Wir begeistern mit Omnibiotik Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Was unsere Millionen Kunden zu Warenfans macht, ist die hohe Qualität unserer Produkte. Wir erforschen seit über 25 Jahren das Wunderwerk Darm und seine Billionen Bakterien. Und vor allem, welchen großen Beitrag diese Bakterien für unsere Gesundheit leisten können. Die Zukunft gehört der probiotischen Medizin. Und wir vom Institut der Legosan sind stolz, unseren Beitrag und zwar einen großen Beitrag zu leisten. Die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Forschung, die vereinen wir in Probiotika unter der Marke Omnibiotik. Ein Sahara überwissenschaftlich ausgezeichnet. Die Bed